Ich habe es euch gesagt, wir schaffen es noch! Ich habe es euch gesagt! Yes! Egal was wir ziehen, wir haben es geschafft! www.scheißboxer.shop Ey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute gibt es wie immer eine Folge Brawl Stars. Und wie soll es anders sein? Wir sind wieder auf einem anderen Account. Richtig, nein Leute. Und wir gucken mal ganz kurz rein, wie viel Baller wir haben. Ihr seht neun Stück. Uns fehlt noch sehr, 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 sehr viel. Ihr seht es selber Leute. Und wir werden heute das unmöglich wieder versuchen. Wieder sieben verbleibende Gegenstände oder noch mehr Leute. Guckt mal in den Shop. Boom! Unheimlich heftig. 49 Megaboxen für nur 49 Jams. Ich habe gerade 81 Jams aufgeladen. Einfach zu krass. Deswegen lasst dafür jetzt einen fetten Daumen nach oben. Ein kostenloses Abo. Ihr wisst, was zu tun ist. Leute, sprengt den Like-Button. Und wir sind kurz davor, die 100.000 Abonnenten zu knacken. Leute, wenn wir das schaffen, gibt es das heftigste überhaupt. Ich verspreche es euch. Ich werde sowas krasses für euch tun. Das werdet ihr niemals glauben. Aber vorher trinke ich erstmal ein Glas Wasser. Glas Wasser ist getrunken. Wir öffnen jetzt die Megaboxen. 49 fucking Megaboxen. Oh mein Gott. Let's go Leute. Wir kaufen sie. Und... Erste Megabox wird geöffnet. Fünf. Okay. Kann man mal machen. Muss man nicht. Leute, ihr habt es gestern, vorgestern schon gesehen. Es kommt hier jeden Tag krasse Openings. Oh mein Gott. So, die nächste Megabox. Und wir haben fünf. Okay. Wir skippen jetzt einfach durch, Leute. Ich will hier nicht immer so viel reden. Ihr wisst ja selber, das ist unnötig. Weil ihr seht ja selber, was da passiert. Und wir haben jetzt sechs, oder? Nein, wir haben fünf. Okay. Oh mein Gott. Power-ups für den Scheiß-Boxer. ETC. Oh mein Gott. Ich bin so gehypt. Leute, vergesst euch noch nicht. Der neue Merchandise wird bald erscheinen. Bessere Qualität. Besseres Design. Und da wird halt der Scheiß-Boxer auf der Brust sein. Wir haben viele Probleme gehabt, Leute. Wir haben es versucht, für euch zu klären. Es hat lange nicht geklappt. Aber wir haben es jetzt in den Griff gekriegt. Leute, wir mussten uns viel damit rumärgern, mit Anwälten und so weiter. Aber wir haben jetzt Rechte bekommen, beziehungsweise wir haben eine Lösung gefunden, wie wir das hinbekommen, dass wir doch für euch gar ein Boxer-Merch rausbringen. Richtig nice, Leute. Und wir öffnen die nächste Box. Und wir haben... Okay, fünf. Leute, wir werden die Leiche noch das Fette ziehen. Ich bin fest davon überzeugt, Leute. Oh mein Gott. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin so fertig mit den Nerven, Leute. Ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt das dritte Video in Folge, was ich euch aufnehme, weil ich bin... Nächste Wochenende bin ich beim Pokémon Go Event in Dortmund. Richtig fresh, Leute. Ach, nächste Woche. Das ist schon diese Woche. Ich weiß gar nicht, ob das dann schon vorbei ist. Dann ist das Event immer noch... Oh mein Gott, wir ziehen jetzt ja gar nichts an Bollern. Okay, jetzt können wir jetzt beim nächsten kommen. Wir haben noch keinen Boller wieder gezogen. Es wäre Zeit. Und... Wieder fünf. Das ist jetzt die vierte Box. Oh mein Gott, jetzt haben wir gar keinen Lack. Aber wir ziehen heute noch was Fettes. Jetzt! Oh, Karl! Das... Das... Damit habe ich ja gar nicht abgerechnet. War da eine sechs? Leute, war da eine sechs? Das habe ich jetzt gar nicht so schnell gesehen. Da war noch eine fünf, oder? Ich wollte gerade noch zählen, aber ich habe schon die nächste angetippt. Oh mein Gott, Karl gezogen. So, acht Gems. Fünf. So, ich weiß jetzt gar nicht genau, waren das jetzt... Leute, ihr habt es eh mitgezählt. Waren das jetzt fünf, oder waren das gerade sechs? Ich habe es jetzt nicht genau im Blick gehabt. Nächste Megabox. Sechs von der Legation. Spaß, Leute. Okay, reicht jetzt. Wir ziehen was krasses. Oh mein Gott. So, meine Stimme, Leute. Tut mir leid. Ich habe gerade schon das nächste Video vorhin aufgenommen. Und wir ziehen jetzt... Leute, schreibt mir unten in die Kommentare, was ziehen wir. Ich sage, wir ziehen Frank. Genie! 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 Ich weiß gar nicht, haben wir Frank-Box schon? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich glaube, den hatten wir noch nicht. Weil, keine Ahnung, Leute. Hatten wir den jetzt schon? Nee, ne? Okay, nächste Megabox. Fünf. Ich mache das jetzt mal alles ein bisschen schneller für euch. So. Wieder fünf. Ich weiß nicht, was Superstar sich dabei gedacht hat. So krasse Angebote raus. Leute, habt ihr das auch bei euch im Shop gehabt? Schreibt mir unten in die Kommentare. Ich weiß es nicht, weil das war eigentlich so krass. Ich weiß nicht, Superstar. Was habt ihr euch dabei gedacht? Danke, ob die auf jeden Fall an dieser Stelle. Jetzt habe ich Videomaterial. Wollen ist diesmal nicht so teuer, Leute. Ich bin ehrlich zu euch. Ich habe auch nicht so viel Geld, um die Videos immer rauszuballern. Also, ich sage euch ganz ehrlich, ihr denkt immer, Jo, machen du verdienst fett mit deinen Klicks. Jedes Video 20.000 Klicks und fast 100.000 Abonnenten. Aber ich sage euch ganz ehrlich, Die Videos kosten fast mehr Geld, als ich Einnahmen habe. Das ist kein Scherz wirklich jetzt. Wenn ihr wollt, kann ich euch das gerne mal zeigen. Und, ja. Drei Gems wieder. Nächste Megabox. Fünf. Ich gebe das mal ein bisschen schneller durch. Wohl, fünf hat ja auch mal gar nichts zu sagen. Wir haben ja gerade gesehen, O5 kann einfach ein Brawler sein. Und Wort mit X war wohl nichts. Nochmal eine Schlucke von dem Wasser, Leute. Ich bin fertig mit dem Nerven. Ich brülle hier seit 30, 40 Minuten durchgehend durch. Ich ballere die Videos raus. Und ich habe das Video mit sieben verbleibenden Gegenständen ja eben schon aufgenommen. Leute, da habe ich wieder so rumgeschrieben. Ihr hörten selber meine Stimme, die ist langsam lost, Leute. Ich muss die Videos vorproduzieren, habe ich euch ja gerade schon gesagt. Ich haue das für euch raus, weil ihr seid die Geilt uns. Sorry nochmal, dass am Sonntag kein Video kam. Es tut mir wirklich leid. Aber ich bin hier, wie gesagt, im Umzug. Ich habe einfach... Okay? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Da brauche ich jetzt gar nicht mehr sechs stehen. Ich habe einfach keine Möglichkeit, etwas hochzuladen, das Internet nicht gegen. Okay, jetzt wenn da fünf steht, kriegen wir trotzdem ein Brawler. Was ist denn jetzt bitte los mit Supercell? Man muss jetzt immer nicht nur Power ausbekommen. Ich glaube, wir haben noch gar nicht so viel Brawler. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Aber wir machen weiter, Leute. Nächste Megabox. Zwanzig sind es, glaube ich, noch. So. Power-ups für den Scheiß-Boxer. Markenverdoppler. Und. Fünf. So, Power-ups für Kult. Leute, stellt euch mal vor, wir ziehen einfach mal Leon oder sowas. Wäre so krass. Wieder fünf. Das ist ja so heftig. Oder einfach ein Legenden-Woller. Aber ich will nicht meckern, weil wir haben hier 49 Megaboxen. Was wir gerade alles rausknallen, ist so heftig. Okay. Das war jetzt nicht so heftig mehr. Aber die nächste Box kommt. Und wir haben bestimmt heute nochmal sechs. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Leute, wir ziehen nochmal was krasses. Oder was meint ihr? Schreibt mir unten in die Kommentare. Ich glaube, die haben die Chance auf den Legenden-Woller auch niedriger gemacht. Was meint ihr? Leute, was meint ihr? Das sage ich immer. Schreibt mir unten in die Kommentare. Ihr wisst das sowieso. Ihr seid die Boxer-Army. So. Und. Fünf. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Megaboxen wir noch haben. Es kann jede die letzte sein. Jeder Firm. Komm. Der muss doch jetzt nochmal. Ey, ich will noch einmal sechs haben. Bitte noch einmal sechs. Noch einmal dieses Feeling, dass wir was krasses ziehen können. Noch ein letztes Mal. Sechs. Ich sag's euch, Leute. Ich sag's euch. Ab in die Kommentare. Und einen Daumen nach oben da. Was ziehen wir hier jetzt raus, Leute? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Da bellt selbst der Hund. Und. Leute, seid ihr bereit? Die Kneipenschlägerin. Wie könnte es noch anders sein? Die hat uns gefehlt. Oh mein Gott. Es fehlen noch drei. Äpfische Boah, Leute. Okay. Puh. Fünf. Okay. Und. Powerups für den scheiß Boxer. Fünf Jams. Ob wir jetzt nochmal sechs haben. Ich weiß es nicht. Wir haben sehr, sehr viel Glück. Aber ich versuche, Leute. Wir versuchen es. Wünscht mir Glück, Leute. Drückt mir beide Daumen. Bitte. Komm, Leute. Und vergesst auch nicht, den Boxer-Merch abzuchecken. Der kommt bald richtig krass raus. Los. Und. Fünf. Hm. Weil eigentlich hat man nicht so viel Unlack. Aber egal. Wir haben gerade richtig krasses Angebot gekauft. Das ist einfach zu heftig. Leute, dieses Angebot. Das ist so günstig. Und. Komm jetzt. Wieder fünf. Hm. Okay. So, jetzt. Komm, ein letztes Mal noch. Komm, Leute. Wir brauchen ein letztes Mal noch sechs. Ein letztes Mal noch. Komm, bitte. Leute, was man hier schaffen wird. Ja oder nein. Ab in die Kommentare damit. Fünf. Ah. Mist. Aber es ist meckern hier auf ganz hohem Niveau. Wirklich auf ganzem Ruhe. Komm jetzt. Sechs, 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 sechs. Fünf. Ah. Komm jetzt. Ein letztes Mal. Komm, Junge. Sechs. Ich will doch mal einmal für euch, für euch was krasses ziehen. Nur für euch. Komm, Junge. Komm. Komm, Supercell. Das kann jetzt immer die letzte Box sein. Nein. Aber es hat nicht zu sagen, es kann trotzdem was sein, dass wir was ziehen. Oh Gott, wir haben noch eine. Ich weiß nicht mehr, wie viele Boxen es sind. Kann die letzte gewesen sein. Leute, ich weiß es nicht. Ich habe nicht mitgezählt. Habt ihr mitgezählt? Und fünf. Okay, ich skippe das mal ein bisschen schneller durch für euch hier. Wieder acht Gems. Leute, wir gehen ja einfach mit mehr Gems raus, als wir vorher hatten. Richtig crazy, Maisy. So, Hops. Fünf, komm. So, jetzt komm. Wieder fünf. Schade Marmelade. Aber ich glaube, wir haben nicht mehr so viel Lack. Wir hatten auch, wir haben auch echt paar geile Baller gezogen gehabt. Tja, Leute, das war das Angebot. Komm, wir öffnen noch eine Megabox, die im Angebot ist, Leute. Die letzte. Aber erstmal gucken wir, wie hoch die Chance ist. Okay, die ist richtig hoch auf dem Legendären. Das ist schon krass. Deswegen ziehen wir jetzt ein letztes Mal eine Megabox. Beziehungsweise wir kaufen ein letztes Mal eine Megabox. Und wir haben fünf. Schade. Okay. Das war jetzt nicht so lucky. Aber was soll's, Leute. Ich hoffe. Ach, wisst ihr was, Leute? Wir kommen aber die letzten beiden Megaboxen noch. Let's go. Und fünf. Mist. Schade. Ich will noch was ziehen. Einmal noch. Komm, bitte. Let's. Jetzt komm, bitte. Jetzt komm. Gib mir. Gib mir sechs. Bitte. Ich hab's euch gesagt. Jetzt. Egal was wir ziehen. Wir haben es geschafft. Leute, ab in die Kommentare. Was ziehen wir jetzt? Los. Komm, Leute. Ich wusste es. Ich wusste es. Stell euch jetzt mal vor, das ist ein Legendären. Oder stellt euch einfach mal vor. Egal was wir ziehen. Ist es einfach geil. Dieses Gefühl, sechs ist einfach krass. Und wir haben... Piper. Piper, Piper, Piper. Nice, nice, nice. Nicht schlecht. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Piper gezogen. Nice. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's mit diesem Megabox Opening. Ihr guckt einmal ganz kurz, wie viel Baller wir jetzt haben. 14 Stück. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer einen fetten Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Ihr wisst, was zu tun ist. Road to 100k. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir können ja mal ganz kurz hier mal schauen, was wir sonst noch hier so haben. Ach, wir poweren einfach mal ein bisschen. Was hier die Shelly, ne? Die bringen wir mal auf 9. Können wir sonst noch was poweren? Ah, die Boxerin. Die gibt doch irgendwie, wie viel Münzen wir jetzt hier haben. Wir bringen das jetzt hier alles mal ein bisschen hoch. So. Das, 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 das hier. Die Kneipenschlägerin poweren wir auch. So. Die Kloschüssel muss auch gepowert werden. Ihr wisst, wie es läuft. Poco, Moco, Schoko. Der kriegt auch ein Power. Barley ebenso. So, gleich haben wir, oh, der, der Boxer. Oh, den darf ich ja nicht vergessen. Der Boxer, der muss ganz hoch. Die besten Bowler müssen immer, haben wir sonst noch wen? Den wir immer gerne spielen. Ne, den Boxer, den können wir nicht mehr. Okay, das waren, glaube ich, jetzt alle. Ach, nicht hier, die Nita Spendita. Der scheiß Boxer. Wie hat der? Wie konnte ich den? Wie konnte ich den vergessen? So, den Kohl noch ein bisschen? Okay. So, Leute. Ich würde sagen, das war es jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was zu tun, muss daumen nach oben da lassen. Ehrlich unten in die Kommentare. Was soll ich jetzt nächstes hochladen? Danke schon. Ciao. Und bis dann, Antenne. Ciao, Kakaos. Und tschö mit Ö. Schönen Tag noch. Tschönen Tag noch.